Das hier Metall-Erz, das kann man verarbeiten, ein richtiger Metallbarren. Oh fuck. Ich habe übrigens eine Holzstimme gefunden. Ich habe auch so ein Bienending, aber ich habe es in den Händen gehalten. Das ist voll wertvoll. Das kann man gut verkaufen. Irgendwie ist es nur noch fünf. Nein. Shit. Gut, er kommt hier wieder raus. Mensch, ich schaffe es, diesen Weg da zu tauchen. Ich muss es wahren. So. Wo willst du noch? Oh. Hm. Tempo Tempo. Nein, nein, nein. Die Luft ist weg. Oh. Oh. Er hat es geschafft. Oh. Puh. Nicht mehr viel hab egal. So. Der Plan hat schon mal nicht funktioniert. Ich würde mich da so schön rumbauen. Nein. Nein. Tschau. Du diese Dinger mal kaputt machen kannst. Hier wir gehen wieder. Ja, ihr Leute? Warum habe ich null Gold? Wird das getrennt? Ich habe auch null. Oh shit. Das ist der Nachte? Danke, Koja. Oh shit. Lass das Gold erstmal in Allora, bevor du solche Aktionen wieder reißen. Wenn du welches mal rauslässt, dann kauf einen zusätzlichen Spieler. Oder ich kaufe einen, weil ich sterbe immer. Ja, stimmt. Das war immer der Trick. So. Ich suche so lang einen Weg. Kann der entweder nicht von Beamen rausstehen. So. Oh du. Vielleicht kauft es ja am besten jeder einer. Kostet nur 25. Oh. Oh. Ja. Ich mach das auch immer. Ich mach das auch immer wieder. Alright. Du 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 du. Du 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 du. Ich mach das. Du 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 du. Hast du unsere Lore verkauft? Ne, die ist noch in der Hütte gehört. Ach, ich wäre da so gut rumgekommen. Ich fasse es ja nicht. Ich stimm mal das Wasser hier weg. Das kommt bis zu mir her. Ob ich mal diese Ölvorkommen hier erschließen soll? Backlissens müssen auf jeden Fall. Ah genau, das ist halt die Lose. Ich fasse es nicht. Nicht weiter. Nicht weiter. Komm schon. Nein. Ich fasse es. Alle. Ich mach jetzt nichts kaputt, während ich hier unten bin. Okay, ich hab was gefunden. Kommt ja bestimmt lang ohne... Oh shit. Ich schnapp mir das. Okay, wir müssen immer aufpassen, dass wir sich nicht für immer... ...verquembt. So. Guck mal. Und jetzt? Oh mein Gott. Bin mal kurz gespannt, wie du die Lore da wieder hochkriegen willst. Tja, wir müssen sie erst wegkriegen. Ja. 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 Hm. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Schreck dir hier wieder raus. Verkaufen. 25 bringt ja ein so'n Pass. Krass. Ja. Eigentlich kann man das ja auch im großen Stil machen. Wenn die Lore nicht so verkraftet hätte. Ich hab das fast niemand genommen. Hm. Ja. Ui ich kam. Ui. Oh mein Gott. 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 Versuch's nochmal. Fähig zusammen. Komm schon. Dude, do it. Fähig. 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 Schleier den hoch. Ja, funktioniert. Ha, 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 ha. Il vassene. Nein, what the fuck? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das geschieht dir recht. Dude, wie macht man das noch? Koja, pass du das? So, wir haben jetzt Rieschgeld. Du musst nicht sterben. Das ist meine Lagebuehrt sein, ja. Tschüss Koja. Ich habe folgenden Plan. So, wir müssen einen Schild holen, ja. Hm. Ja. Wir müssen hier irgendwie durch. Und das bisschen Wasser weg. Müssen wir nämlich das nicht fluten? Hier können wir durch, guck mal. Okay. Maßarbeit. Oh nein. Oh nein. Aber das kann man fixen, Koja. So. So.